Moin Leute, diesmal sind wir im Staudammarina, um die Notiz zu finden, Aktivitäten der Waldflüsterer. Wir sollen einer losen Kachel unten an der Treppe am Verwaltungsbüro suchen. Machen wir natürlich auch. Hier ist das Verwaltungsbüro. Machen wir mal die Kachel. Unten einer Treppe ist es. Und eines Kacheln, ne? Scheint es nicht zu sein. Oh. Lose Kachel seiner Treppe. Okay. Lose Kachel annehmen. Ah. Haben wir. Cool. Das ging jetzt schneller als ich gedacht habe. Lose Kachel gefunden. Und fertig. Bis zum nächsten Mal. Das war jetzt aber ein kurzes Video immer wieder. Macht's Juhn.